Ich will diese Kinder nicht mehr schicken. Du bist, bitte küfür. Nein. Warte, warte. Ich will diese Kinder nicht mehr schicken. Ich will meine Kinder nicht mehr schicken. Hör auf diese Wörter vor mir zu benutzen. Ich war auch meine Mutter. Ich werde sauber ins Gesicht. Mach das nicht. Du machst einen Film, den du mir schickt hast. Wer hat dich geschickt? Ich hab doch von meinem Vater... Ach, schon Weihnachten. Ach, schon Weihnachten. Ach, schon Weihnachten. Wer hat dich zertrümmert? Was? Wer hat dich zertrümmert? Mein Vater. Warum? Da kommt schon eine ganze Zeit. Da kommt schon Weihnachten. Ach, Weihnachten. Ach, Weihnachten. Weihnachten. Mann. Ich habe das nicht. 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 Was passiert mit dir? Du bist am Schaumland. Ich habe das nicht. Mach mal weg, Alter. Du auch. Was ist dein Gesicht? Du hungriger. Und was ist mit deinem Auge passiert? Hier auch alles blau und so. Ja. Ach, schade. Wer hat... Was wird da rum erzählt? Wer hat dich zusammengeschlagen? Arroganter, Mann. Arroganter, Mann. Sie sind in Köpequaria. Bruder. Das ist ein Köpequaria. Bruder. Assalamu alaikum. Wir sehen uns später. Wir reden später. Privat. Grüß mal Ali von mir. Bruder. Ich habe tausend Mal gesagt, hör auf mit diesen Sachen. Das steht dir nicht so was im Internet. Mach das nicht, Bruder. Mach deine Internet. Du bist sowieso korrekt. Du bist lustig. Du hast deine Fans. Du hast deine Zuschauer. Mach das nicht, Lo. Bruder, aber das war doch niemand arrogant. Ja, ob er es war oder nicht. Es interessiert doch keinen, Bruder. Arroganter, den Gott nicht. Nur Weihnachtsmann ist King. Ja, Bruder. Tamam, Bruder. Ciao. Niemand, niemand. Ja, Bruder. Hi. Wie geht's dir? Gut, Bruder. Ich stehe für immer vor dir und hinter dir. Ja, Bruder. Es gibt Götteres. Du hast mein Vater gemacht. Es gibt Götteres. Sie meinen, die können hier sonst auf Gangster machen. Ein Götteres. Ja, ja, ja. Deswegen, Bruder. Wir wissen, bellende Hunde beißen nicht. Fertig. Aus. Das Problem ist. Er beißt nicht. Er kann nicht mehr bellen. Ja, ja. Er bellt. Er bellt zu viel. Das geht auch zu weit. Aber wie gesagt. Kommt Zeit. Kommt Rad, Bruder. Wir brauchen... Wir haben ja telefoniert. Aber irgendwann muss man unternehmen. Die Leute nehmen uns so ordentlich ernst. Richtig. Ne, ne. Also das, äh. Das Ding ist, Bruder. Man muss sich ja auch, äh, so eine große Klappe auch leisten können. Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Weißt du, was ich meine? Kamala ruf mich heute an und sagt, wer hat das gemacht? Es geht gut. Nein, das war mein Vater. Wallah Billah. Und weißt du was? Er tut das in seinem Internet als wäre krass. Schau. Wenn ich so Angst hätte von ihm. Arrogan. Ich sage, ich sage, nein, das war mein Vater. Ich sage es nochmal. Arrogan. Ich sage es nochmal. Stolz und stolz. Arrogan. Wenn ich so Angst hätte von dir. Ich bin nicht spät. Arrogan. Ich nehme komplett... Habibi Sinan. Sinan ist hier. Sinan ist hier. Habibi Sinan. Du bist der beste Bruder. Bruder. Gib dem keine Wichtigkeit. Dieser Typ ist einfach ein unnötiger Typ. Der Typ ist einfach... Es ist fremdschämend. Das ist ein ursprünglich Schoju. Ist das? Hat heute wieder Zücken beleidigt. Hat heute wieder Zücken beleidigt. Bruder. Er ist einfach kein Mann in meinen Augen. Bruder. Das Problem ist, er ruft morgen meinen Vater. Gestern. Gestern ruft er meinen Vater und sagt. Schau mal. Mein Vater. Schau. Schau was er mir gemacht hat. Schau. Unglaublich. Bruder. Das Ding ist halt. Du kannst halt. Also immer dieses beleidigen und Hass und hier und da. Was soll das immer? Weißt du was ich meine? Ich verstehe das nicht. Ich bin ehrlich gesagt, dass es Leuten gut geht. Dass es Leute super geht. Aber die haben mich so weit gebracht, dass ich so bin. Ja, aber... Was ist... Warum? Warum wurdest du geschlagen? Von meinem Vater. Und warum? Weil ich seine Frau beleidigt habe. Er war arrogant. Was? Weil ich arrogant seine Frau beleidigt habe. Ja. Und wer hat ihm das gesagt? Wer wohl? Und dann ist es kranker. Er weiß es auch nicht in Ordnung. Nee. Wie gesagt... Also ich stehe... Nein, Bruder. Ich bin total. Char ist ein feiner Kerl. Er macht hier seinen Spaß. Jeder weiß ganz genau, dass das alles nur Spaß ist. Er hat kein Hass im Herz. Nein, Bruder, es war ein bisschen Spaß, aber jetzt ist es wirklich außer Situation. Weißt du, mein Bruder? Ich weiß, aber lass dir das auch nicht. Nimm das nicht zu Herzen, Bruder. Bruder, das hier ist viral gegangen. Eine Million Klicks und Leute haben es verdient. Okay, wer auch sagt, ich habe es verdient. Gerne, gerne. Aber was er heute gestern gemacht hat, war aber nicht okay. Nein, ist auch nicht okay. Soll ich dir ehrlich, wie es ist. Bruder, schau. Für Leute, für euch, für Ausland, ich stecke gerne ein. Ist okay, ist okay. Leute, ihr könnt gerne noch schreiben in den Kommentaren. Ja, ist okay. Mit Herzen. Wallah für euch. Ich bin ja nicht da, dass es gut geht. Dass Leute von, bis jetzt habe ich das auch erreicht, bis diese Schreps kamen. Und heute hat er wieder Türken beleidigt. Komplett Türken beleidigt, diese Schrepsis. Bruder, man kann den doch nicht ernst nehmen. Man kann den doch nicht ernst nehmen, Bruder. Ganz ehrlich. Warte, Anabasar, wir kommen gleich rein. Anabasar, wir kommen gleich rein. Das ist auch eine Schande. Weißt du, was ich meine? Es ist peinlich. Weißt du, man kann, wie oft habe ich einfach, einfach auch gestern, als ich angefangen habe zu beleidigen. Anabasar, du bist gegangen heute, Mo. Anabasar, du bist gegangen heute, Mo. Und dann höre ich heute, ja, habe ich ein Video gesehen, wie der sagt, ja, Mo hatte Angst, der geht raus. Alter, ich will mich einfach nicht auf dieses Niveau runterlassen. Wenn es anfängt auf Eltern oder Mutter oder wie auch immer, dann brauche ich hier bei TikTok, da gibt es nichts mehr zu reden. Wenn ich dich sehe, dann klären wir das. Ist kein Problem. Ich kenne dich privat. Keiner kann bei der Straße. Ohne Waffe, wenn nichts geht, ich mache mal zwei Meter, Mann. Ich kenne dich, Bruder. Das kriegst du dein Herz, Bruder. Warte mal, Bruder, wir holen kurz Arafatab rein. Ja, hol den rein. Komm mal du bei mir als Gast, komm mal auch als Gast. Ja, okay. Ja, okay. Na, für Arafatab mach ich alles. Warte, Arafatab, wie war das? Sag ich, ich schwöre bei Gott, das war mein Vater. So ist es für Arafatab? Ne? Ja. Na, da ist er doch. Assalamu alaikum. Aleyküm selam, ich küss deine Hände. Habibe Engel, wie geht es dir? Arafatab, immer gut, bitte. Was ist los wieder, Engel? Was ist los? Arafatab, Allah, ich respektiere dich, ich liebe dich, weil du weißt, ich liebe dich doch. Bei TikTok kam kein Wort mit Arafatabi. Abi-Wort gab es nicht. Für dich gehe ich ein bisschen dort, aber diesem Gott werden, ich schick mich sein Gott. Wallah, nein. Engel, wenn wir reden... Er wusste gestern meinen Vater, schau mal, was mein Vater mit mir gemacht hat. Wenn wir reden, wenn wir reden, die sind keine Ausgabe. Haben wir abgemacht, oder? Arafatab, du bist älter, wenn du sagst, alles. Alles, okay. Jetzt erstens. Erstens, zweitens, Bruder, du sollst angeblich seine Frau beleidigt haben, stimmt's? Sowas macht man nicht. Sowas macht man absolut nicht. Mutter, Frau ist ganz ehrlich beiseite. Bevor er meine Mutter beleidigt hat, bevor er meine Mutter beleidigt hat. Er darf auch nicht deine Mutter beleidigen. Egal wer, keiner darf deine Mutter beleidigen. Ich habe mich nur verteidigt und dann ruft er meinen Vater an. Bruder, wir wissen alle... Und sagt, dein Sohn geht auf Frauen. Auf unschuldige Frauen. Du bist ein lustiger Typ, du machst hier deinen Spaß. Ja, sehr lustig. Manchmal unter der Gürtellinie. Aber gut, er hat deinen Vater angerufen. Er hat das Gebühr davon Respekt, dass er deinen Vater angerufen hat. Er ist dein Vater. Der sagt zu meinem Vater, deine Frau, dein Sohn beleidigt Kinder und Frauen. Aber das machst du doch hier. Voll leid, voll leid. Aber guck mal, guck mal, ich sage dir ganz ehrlich. Mehr Respekt geht doch gar nicht, dass er deinen Vater angerufen hat. Er hat dir keine Leute geschickt, er hat deinen Vater angerufen. Was für Leute, die kannst du... Aber warte mal, warte mal. Ist Aragonte hier drinne live? Wir holen ihn rein, wenn er hier live ist. Guck mal bitte, ob er live ist, wenn er live ist. Ihr solltet alle lernen, Bruder. Ich sage dir ganz ehrlich, Humor, alles schon gut. Lasst die Eltern und die Frauen raus. Allgemein, lasst die Eltern und die Frauen raus. Irgendwann wird jemand wirklich tot an der Ecke liegen, weil er irgendeine Mutter oder eine Frau beleidigt hat. Wallah, ich bete jeden Tag, dass ich sterbe. Ich schwöre. Warum? Warum betest du, bist du... Warum? Weil ich keinen Bock mehr habe. Wallah, ich schwöre. Was hast du für Probleme? Was? Was hast du für Probleme? Ich will nicht mehr leben. Warum willst du nicht mehr leben? Weil ich keinen Bock mehr habe. Ich sage dir warum. Ich sage dir warum. Hör auf mit deiner Sauferei und Drogen. Ja, denkst du, das kommt zu, oder was? Natürlich kommt das dazu. Baller, baller wirst du dadurch. Aber davor, die Vergangenheit, die leset keiner. Bruder, guck mal. Du bist ein Glückesschmied. Du selber entscheidest. Du kannst jegliches Buch jede Seite zumachen und neu anfangen. Immer. Du entscheidest das. Niemand anders. Egal, wie ich dich von vorn bis hinten beleidige. Du entscheidest das. Du kannst jeden Tag eine Seite aufmachen. Jeden Tag kannst du Tauber machen. Solange Leute bei TikTok für mich glücklich sind, mehr will ich nicht. Wallah, mehr will ich nicht. Aber Bruder, ich will dir was sagen. Die Leute auf TikTok sollen nicht glücklich sein. Du sollst glücklich sein. Ach, Bruder. Was, Bruder? Ganz ehrlich. Guck mal. Du nennst mich doch großer Bruder, oder? Ja. Darf ich ehrlich zu dir sein? Ja. Weil anscheinend hier die meisten Punkt, Punkt, Punkt sind gar nicht ehrlich zu dir. Chare hin, Chare her, Habib Chare. Chare kommt mit mir live, dass ich einen Follower mehr kriege. Chare dies, Chare das. Bruder, sage dir ganz ehrlich, dein Leben ist ein Wrack. Hör auf, Drogen zu nehmen. Hör auf, Alkohol zu nehmen. Komm wieder klar in den Kopf. Ist normal. Deine Böhne. Ich glaube, immer legen Drogen ab. Das riecht dann immer durchspaßig da. Verstehst du, was ich meine? Ich meine das ja nicht mal böse. Ich meine das ja gut. Hat dir jemand, keiner möchte gerne deine Freunde. Redet einer so mit dir? Anstatt, oder Chare hier, Chare da. Bruder, was soll der Scheiß? Wirklich. Wie alt bist du, Bruder, jetzt? 33. Bruder, 33. Du musst eine Maschine sein mit 33. Bruder, wenn dein eigener Bruder dich jeden Tag schlägt, darfst du ihn drücken? Egal, Scheiß drauf, ja. Warte. Hör zu, hör zu. Nein, nein, ich rede. Warum, hast du dich gefragt, warum dein Bruder dich jeden Tag schlägt? Ja. Warum? Weil er damals rumsitig war. Damals, jetzt? Jetzt ist es okay, ja. Also schlägt er dich nicht. Weißt du, was du jetzt machst? Du schlägst dich selber. Indem du am undercover gerade wieder Alkohol getrunken hast, wieder gute Laune hast. Letztens, ich habe dich gesehen, ich will nicht reden. Du weißt, ich rede nicht. Egal, was ich dir sehe, ich rede nicht. Chare. Der ist hängen geblieben. Nein. Ara, was habe ich? Bruder. Chare. Wallah, Wallah. Ara, was habe ich? Wenn du so weitermachst. Ich habe zwei Brüder, schau. Der ältere Bruder von mir wurde abgestimmt. Der ältere Bruder. Okay? Der Bruder ist in den Türken. Und wenn ein älterer Bruder damals sich schlägt und sagt, du musst das und das besuchen. Und du wirst jeder automatisch ohne Grund. Genau, Bruder. Egal, Leute, ich mache ein Buch. Das ist nur der Anfang. Ich mache nichts. Aber wenn ein älterer Bruder. Schau, ich habe Araba da. Weißt du was? Ich will dir was sagen, Bruder. Du solltest schneller aufhören, bevor man über dich schreibt. Weil du landest schneller unter der Erde, als du gucken kannst. Wallah, Wallah. Ich schwöre dir, ich wünsche mir das jeden Tag. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Wenn dein älterer Bruder jeden Tag dich schlägt und sagt, du musst das und das besorgen. So bringen dich und deine Mutter um. Bruder. Ich wollte dich mal hier niederzeichen. Ich wollte die Bankrasse gehen. Wenn dein Bruder dich jeden Tag, dein älterer Bruder, jeden Tag schlägt in der Küche, dich erwirkt. Jeden Gottfett am Tag. Und sagt, du musst mir das besorgen. Sonst. Egal, scheiß drauf. Ich kann das verstehen. Aber trotzdem, Bruder. Das war früher. Wie hast du gesagt? Wallah, ich meine das ernst. Ich beobachte dich auch in letzter Zeit. Dir geht es jeden Tag von Tag zu Tag schlechter. Du nutzt hier niemanden. Keiner. Keiner nutzt hier. Ich wünsche mir das... Warte mal. Arafat. Warte kurz. Warte. Engel, ich hole jetzt arrogante Pate rein. Ja? Wir reden mit Anstand. Okay, Engel? Arafat. Wenn du sagst. Warte. Arafat. Warte ganz kurz, Nabil. Arrogante. Schreib mir mal, dass ich dich annehmen kann. Habib Nabil, rede. Das Problem bei den Jungen ist, bei Chara ist, das was ihn zu schaffen macht, ist das, was ihn erwartet. Weißt du? Er hat einige private Probleme, die er zu klären hat. Ach, nochmal, indem er säuft und drogen nimmt, wenn die Probleme verfliegen, oder was? Das ist seine Intention vom Leben. Natürlich ist das nicht die richtige, also um Gottes Willen. Wen hat er dann auf seiner Seite zu sagen, hör mal zu, hört auf damit? Jeder will auf seine... Gott ist auf meiner Seite. Gott, früher oder später. Inshallah. Allah ist auf meiner Seite. Wir brauchen ihn nicht. Mahmoud. Mahmoud. Du sollst mir schreiben. Schreib mir in meinen Chat, dann kann ich dich annehmen. Ich verheirte dich. Jetzt mal, mach mal 100 Lachsmiles, dann seh ich dich. Weißt du? Bruder, Wallah, Wallah, Engel. Weißt du was? Du musst... Warte, komm, ein Monat zu mir nach Berlin. Ich sag, Maschine gehst du. Ich sag, Alkohol... Zigarettenverbot geb ich dir. ... ...